warum oder was bitte sieht er in christian groß was sieht er in christian groß kann mir das einer bitte erklären bieber kann man eventuell sagen vielleicht verletzungsbedingt weil er ja noch angeschlagen war der anfang der woche haben durch kurz gespielt ganz bescheuerte variante ganz ganz bescheuerte variante von marvin durch und jung und jetzt riesen gelegenheit für der fc riesige gelegenheit mit fc und die verstehen es kann so ein bisschen selber aber jetzt lebt meiner und oh mein gott man ist das dumm aus dem eigenen ball junge unser freistoß endet im gegentor was eine dumme variante war es eine dumme variante 1 0 für der fd köln war es eine dumme freistoß variante da alter schwede du haust dir das ding selber rein durch so quatsch junge 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 jungen wie legst du dir denn dann ab was war denn da der plan bei was war denn da bitte der plan guck mal da rechts auch alles auch junge 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 konnte auf sicherung auch katze vergessen da war keins gegen das stark keins macht das gut und jetzt riesen chance oh mein gott man 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 fünfzehnte minute sechzehnte spiel minute 2 0 erste hälfte köln was ist los jungs was ist los kein bock heute alter schwede tickets wie sieht das da hinten aus unser einwurf unser einwurf durch du legst den vormann guck mal dann keins ein ball rüber gespielt schuss tor unser freistoß 1 0 für die unser einwurf 2 0 für die gleich anstoß 3 0 oder was was ist die steigerung hiervon paradebeispiel wie du den gegner ins spiel bringst wie den gegner die tore schenkst sie wie zeigen wir euch gerade der fc muss gar nichts machen wir machen das für die die freundlichen bremer kein problem hier nimm halt mann 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 wette jetzt eine anständige freistin ist ja wieder so eine scheiße fragt und pass auf die konten der absicherung aus retten leute haben oder was das ist ja wieder für ball mädchen weiser kommt weiser was machst du da was machst du da pavleka oh mein gott oh mein gott der geht nicht rein oder was macht ihr denn was ist das was ist das wieder lang unser freistoß wieder lang unser freistoß junge wacht mal auf jetzt hier 3 0 20 minuten was ist los was ist das für eine scheiße man alter ist das kass ist das kass ist das kass sind die a komplett bescheuert alter sind die komplett bescheuert alter füllkug der lässt wieder laufen ja bringt nichts nicht fallen zu lassen die uns heute über arsch zusammenkneifen ist gut wir müssen ja irgendwie also da könnt ihr mal zeigen was kämpfen heißt nicht fallen lassen kämpfen kämpfen jetzt tiges meiner mit meiner immer noch mit meiner rutscht da weg abseits muss abseits sein das ist niemals abseits das zählt doch nicht das zählt doch nicht oder das zählt das zählt es gibt sich das zählt ach du scheiße junge das zählt alter das zählt tiges ist doch aktiv dann jetzt wenn er dich berührt ist doch aktiv der geht oder hin was war der gestern bei bayern was war der jetzt bei bayern 1 zu 1 situation da wurde abseits zurückgenommen wollte ich verarschen oder was alter mit dem ball in lauf der kommt wieder an der kommt wieder an was macht ihr da keiner steht da in der lütze keiner seid ihr selber vom fernseher oder was das ist keine playstation das ist echt 5 0 5 0 habt ihr einen schaden oder was das ist ein einfacher langer ball für elkovic ein einfacher langer ball und komm mal in der mitte groß guckt zu weiser guckt ein bisschen zufrieden der einzige hinterher geht wie kann man so abschalten wie kann man so abschalten wo ist eigentlich stark was macht ihr was habt ihr vor geht vom platz gibt freiwillig auf 3 0 niederlage besser besser du guckst dir das an du guckst dir das an ey du kommst rein ja jetzt kommt der bäuer direkt scheißegal weiter ergeben sie erstmal ausblenden dann füllkrug der einzige der da was macht ja habt ihr gesehen habt ihr gesehen auch zur bank geredet hier macht was macht was macht was ja und ihr setzt da macht doch mal was von außen wir gucken zu den einen den nach dem anderen kriegen für den guck der einzige der funktioniert und friede hinten kannst alle anderen rausnehmen direkt sammelwechsel machen alle die auf der höhe sind unter da alle runter da braucht ihr nicht die scheiße da man marmon man 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 oh mein gott ehrlich wie wie kann man das in den zweiten zeit weiter so machen wir geht das wie geht das was habt ihr der kabine gemacht was habt ihr der kabine gemacht der hat sechs meter platz der drückt uns seitwahlzieher der drückt uns seitwahlzieher junge der katz der lkw der parken alter kummer hielten kummer kummer keiner er steht im 16 er steht fast im fünfer und kein hafelspieler hat ihn im auge keiner der wach die dann seitwahlzieher der haut die dann seitwahlzieher rein und du guckst zu verteidigung der playstation gelernt taktiken vergessen oder was der hätte traktor dritte wenden können in der lücke das muss mit das kann man mit erklären aber der hauch von der chance haben wir gerade gesehen ein hauch kriegen wir das so zu ende gespielt oder wird da wie selke noch treffen das ist hier die frage oh gott mit meiner lente meiner auch du scheiße war das ein eigentor war das ein eigentor 7 1 8 1 ach du scheiße sind eigentor marco friede das hört auch nicht auf richtig das hört auch nicht auf richtig das hört auch nicht auf richtig wie ich das的時候 kommt Untertitelung des ZDF, 2020